was geht ab leute und damit herzlich willkommen zurück zu battlefield 1 wir machen weiter mit eroberung und wir haben immer noch ein ziel und zwar 20 kills mit den sanitäterwaffen selbst ladegewehre und ja ich habe schon ein paar ich glaube ich habe vier weil die letzte runde ist selbst die war nicht so prickelnd auf einer relativen hass mit von mir und ja auf solchen maps bin ich dann irgendwie automatisch sofort super bad die map kenne ich die map sollte besser laufen und ja ich bin gespannt wie viele kills wir hier machen können für unseren orden ich bin auf jeden fall sehr gespannt was wir hier so geschissen kriegen zack da war den ersten alter boom leute genau da meine ich nein das wollte ich werfen ja ich das meine gas 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 von der seite nein und vor mir lag auch noch einer ja ja aber leute ist euch aufgefallen ich habe jetzt die dritte runde in folge nein da will ich rein wo ich anfangs nicht sofort sterbe ohne geschissen zu kriegen sondern erst den kill hole und dann sterbe roman jetzt trupphilfe gewesen das wäre für die anderen medaille wird geworden aber jetzt hänge ich da so blöde am stein hatte ich nicht richtig ziehen und irgendwie war da hat sofort komisch aus richtig eigenartig solche sachen verwirren mich einfach schon so krass dass ich nicht mehr richtig schießen kann aber leute ich habe schon das gefühl dass die runde wesentlich besser läuft ein gasausbruch ein gas angriff oh wow man alter was ist jetzt hier los 16 ap hatte der noch gehabt natürlich extrem ärgerlich scheiße da komme ich nicht mehr rein albert verloren alter jungs abmarsch block mich nicht lass mich hier durch ich muss dave holen also wir haben jetzt acht kills mit ihr mit ihr mit der waffe also brauchen noch zwölf vielleicht schaffen wir das ja in der runde wäre auf jeden fall geil ich vermute zwar nicht aber es wäre auf jeden fall megageil da ist niemand da hinten wir verlieren einsatz ziel naja das ist ne leiche was aber ähnliches gas ich belebe immer wieder ich mache mal meinen job hier als sunny ich gebe euch die spritze des todes des lebens da ist noch einer jungs lebe ich kriege es euch alle auf panzerbüchse panzerbüchse are you fucking kidding me sitze da im bunker und haut mit panzerbüchse um sich ah ja ähm ich will jetzt nach c genau ich will nach c b dann will ich nach b b ist cool ich mag b die punkte sollten unsere seien wieder ich will nach b ab hier durch den dschungel b boah panic ich hab panic gehabt schritt warte warte rein granate wo shit warte doch fixen ich habe ich habe den aber noch getötet wort aber nicht den irgendwann habe ich getötet aber ich weiß nicht was dann waren sie wohl mit drei mann da ja wir gehen jetzt nach alpha albert albert alberto ich finde deinen ja jetzt sind wir schon bei elf kills mit den selbstlader aber ich sag mal das ist noch die leichtere variante wie wir verlieren albert und gehen jetzt danach wird das schwierig leck mich hier ist eine granate du stück einen konnten wir holen schon mal einfach mal in die lehre ballern gibt's doch gar nicht hinter mir eine granate wieso ich hatte doch da einen gerade erschossen auch schon wieder dieser switch switch swiss fit fecker alter ich hasse den er mich jetzt schon dreimal gelegt ich habe da erst aber die waffe ist nicht so geil ich will eigentlich neu haben andere ist nicht so weiß ich verzieht so krass finde ich beim schießen dieser zwischen switch swiss gedüms typ hier ich piks gleich alle kaputt und da schon werfen ist ja nichts tut schießt wie direkt im weg reanimated als da punkte machen hier was alter der ist sich drauf gehören ja doch jetzt aber jetzt wollte ich eben die waffe wechseln ich weiß nicht ich finde ich nicht so nicht so porno ich sterbe zwar extrem oft von der aber ich finde die echt nicht so porno nimm die jetzt feindlicher panzerzug ja leck mich doch am sack wo wollte ich denn jetzt hin albert albert oder sind da ist ein gegner war ein gegner wo ist er herunter gerannt ich weiß ich will hier nicht sein wo ist denn der gegner von gerade eben das meiner jetzt will ich nach albert das ist ein gegner gewesen der darum geflämt hat mit dem flammen werfer aber da haben wir nämlich fast gelust beziehungsweise albert wird jetzt nur sein ja ist los der zug fährt hier durch die gegend ich hab mich dumm wie stück Ah, ich wollte den auch noch Ich hab den auch noch What the Alter, Vater No Wow, wie fett war die Aktion denn als Hat ich stand da mit drei Mann Das war jetzt gut Holy shit Habe ich die Waffe gewechselt? Nein, aber warum? Ach, ich wollte die gar nicht Ich wollte die Selbstladerbüchse Oh, jetzt bin ich bei B drin Ich wollte eigentlich nach A wieder, aber egal Wie zielt die, alles klar Ich muss mich immer wieder an die Waffen dran gewöhnen, wie die zielen Jawohl Ja, so funktioniert das mit den Selbstladerbüchsen Aua Was geht von wo? Oh, Medic Geil Hier, Christoph Reins So, jetzt will ich noch A wieder Wo ist Meiner, okay Alles klar A ist unser Safe Gut Dann ab nach C Jetzt verlieren wir wieder A Immer diese hin und her Auf zu schreien Junge Panzergranate Wahrscheinlich haben die mich schon gesehen Nein, haben sie nicht Ich will hoffen, hinter mir steht jetzt keiner Granate Fuck Wir haben dich schon gewundert Hä, wieso fliegen denn da funken? Hä? Und dann liegt der da Ich habe erst gedacht, das ist eine Leiche Hä? A, B ist auch schon wieder so am Arsch Man Was ist hier los? Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt hier? Achso Auf der Seite Ah, alles klar Ach, jetzt haben die hier die Türen zu gemacht Mach auf das Scheißding Mach's meine Mutter Komm her Ich bin ein fetter Sunny, Junge Ich knall dich über den Haufen Ist hier zack, hast du gar nicht mit gerechnet Zack, du auch nicht Bumm Zwei Stück killed Beim dritten verreckt Aber so läuft der, Leute Läuft gut Mittlerweile Ich finde auch ganz gut Wann haben wir? 18, 10 Ja, jetzt müssen wir nur von D aus laufen Das ist natürlich jetzt nicht mehr so schön, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube die erste Aufgabe haben wir dann jetzt schon geschafft Ja klar, 18 Kills Ach, jetzt muss ich Ah, jetzt muss ich Hatties wieder sammeln Oh man Und Leute, ihr wisst genau wie ich zu Hatties stehen, ne? Hatties sind nicht so geil Bei mir So Lass mal nochmal ein Freshie gemacht Oh Und da drauf gegangen Ja, der rennt mit einer Schrotflinte hier rum Sag mal, ist der denn doof? Ja, rauf wollt Genau Das, das, das passt zu dem Wer mit einer Schrotflinte auf einem Schlachtfeld rum rennt Na Zudem passt rauf wollt So, Hatties sammeln Ist ja meine Lieblingsaufgabe Mein Spezialgebiet Ich kann sehr viele Hatties geben Ich bin da der übelste Pro drin Erstmal will ich hier runter Oh man Mich wundert das ja eher, dass ich gerade die ganze Zeit noch kein Headdy gekriegt habe Aber ich glaube gerade hätten die eh noch nicht gezählt Oh, der Zug ist wieder am Stissel Oh man Von hinten Mieser Drecksack Wer von hinten einen ersticht, der frisst auch kleine Kinder Ja Ja, nur dort mit den Headdy's Eltern ist echt nicht meine Aufgabe Da bin ich nicht so der Pro drin Wo ist der Zug? Na komm Na, geh mal weg hier Bandage werfen Hier Du brauchst den Medic Ach, da ist der Zug auf der Seite Oh man Ist ja kein Wunder, dass ich den da nicht sehe Wenn der hinter mir ist Macht Sinn, ne? Wenn er voreimlich ist, dass er dann hinter einem ist Oh shit, oh shit, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Miese Brise Nix getroffen Oh wohl Jetzt aber Aber Kein Headdy Nein, nein Wieder kein Headdy Ich brauch doch Headys, Jungs Jungs und Mädels Ich brauche Headys Hier, Bandage Aua Ich brauch selber eine Wo ist meine erste Hilfe Aua Äh? Mieser Krippel Wieder der Typ Ich hasse diesen Typen, ne? Der rennt eh immer nur rum Und haut mir ins Gesicht Geh mal da rein Ne Ja, komm Ah, ne, komm Geh mal da rein Jetzt kann ich da auch noch hinlaufen Ich will Punkte abstauben Hier komm ich Aua Ja, ich weiß nicht Mh, what? Ah, ernsthaft Ich wollte gerade sagen Ich weiß nicht wie der Panzerzug Ähm, wie der ist Also wie der schießen kann Deswegen weiß ich auch nicht In welchen Bereichen der Mich treffen kann Weil ich noch nie in so einem Scheiß Panzerzug drin saß Und da werde ich wohl demnächst auch mal machen Ja, er ist der Hilfe, Junge Ja, dann jetzt mitten auf den Schienen lang zu laufen Ist natürlich auch nicht so praktisch, ne? Das war ein Heddy, jawoll Ein Heddy Jetzt müsste der Zug eigentlich da sein, ne? Irgendwo Äh, nachladen Ich seh ihn nicht, also egal Ach, da oben stand noch einer Aber der Zug Da oben standen aber noch welche Unterbeschuss Ich will nach A Ja, wenn ich jetzt natürlich wieder Als Sturmsoldat würde ich wieder mehr auf den Zug gehen, ne? Aber jetzt als Sunny macht das wenig Sinn Jawoll Noch ein Heddy Ein gezielter Kopfschuss Oh Hier, Junge Oh Naja, immerhin ein bisschen was Ich hab ein bisschen Schaden gemacht Wow, 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 übertreibt doch Okay, da war nur der Kill im Vordergrund Hinter mir auch Ja, Granate Rauch Alter, was ist hier los? Ach, come on Wo war der schon wieder? Man, ey Über Granaten Ein bisschen Versuchst du dich gerade Von dem Granaten irgendwie Äh Da wegzukommen Und dann Stehen sie halt neben dir Mit zwei Mann Oh man Das war jetzt richtig verkackt, alter Ich lebe wieder Okay, hier ist keiner Ich will eine Spritze geben Hat der Duschen gemacht Oh, die übertreiben aber auch nicht mit den Granaten Ey, wie viele Granaten haben die Ist los mit euch Ihr kriegt auch mal eine zurück Haha Direkt getroffen Siehste Eine wirft man Und ich 10 15 20 Stück Man braucht nur eine werfen Ja Wenn man es kann Ihr Kacklappen Alles Kacklappen Wow What the fuck Ich hätte glaube ich so was schießen sollen Aber ich weiß jetzt auch nicht warum ich mich Warum lag ich auf einmal umgedreht Wo ich gestorben bin Der hatte bestimmt Ein paar Umdrehungen zu viel in der Spritze Da ich mich direkt rumgedreht habe Was, nicht einmal getroffen Ach Gas man Immer dieses Gas Ich glaube wir können so den Punkt gar nicht übernehmen Weil hier zu viele Leute sind von denen Oh Er hat mich jetzt durch den kompletten Bunker erschossen What the fuck Jawohl Na schade Ach wieder der alter Swiss Fitch Ey Der habe mich jetzt viermal gekillt Und ich habe den nicht einmal töten können Alter Vater ey Dein Ernst Boah was Wir haben ja jetzt alle Punkte hier verkauft Und so gut wie alle Punkte verloren Was ist da los Leute was macht ihr Na werf ich doch nicht Ja durch den Bunker will ich nicht laufen Wenn dann will ich hier außen rum Bandagen werfen Hier Ich habe keine Granate Ah egal Leute wir haben gewonnen Ja drei Headis Wir rücken näher Boah 24 18 Ah das war vorhin so gut Aber Jetzt bin ich ganz schön abgestiegen Und mit der Punkte Um 25 Platz Leck am Sack Na egal Leute Ähm Wenn euch die Runde gefallen hat Support da lassen Ich finde euren Support geil Und ähm Wenn ihr Bock drauf habt Sehen wir uns bei der nächsten Runde Bis dahin Haut rein Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.